Da hinten ist eine Kuh, aber ich wette, das ist jetzt außerhalb des Feldes. Da hinten ist eine richtige Kuh-Farm und ich sag, dass es außerhalb des Feldes ist. Hallo, hey, willkommen gerade draußen und herzlich willkommen zu Global World. Ja, wir joinen den Server und wir haben einen neuen Teampartner, nachdem Philipp sich ja meiner Meinung nach... Nein, doch, nicht meiner Meinung nach, er hat sich verabschiedet. Und jetzt haben wir den RockyGames.de dabei. Hallo, RockyGames.de. Hallo, ich brauche noch ein Team. Ja, ich hole dich vom Spawn ab und da müssen wir jetzt... Ich brauche noch Essen. Scheiße, ich hätte vielleicht... Doch, ich habe Essen dabei. Okay, jetzt kurze Ankündigung zu Global World. An alle Zuschauer bei Rocky, die das Projekt nicht kennen. Also nicht Stream-Zuschauer, sondern Zuschauer von den YouTube-Reviews. Wird ja noch separat hochgeladen. Ich muss kurz meine Minecraft-Einstellung... Ah, läuft alles. Der ist... Was wollte ich gerade sagen? Das Projekt darum geht, es einfach sich aufzurüsten und am Ende einen dicken Endfight zu gewinnen. Es werden noch zehn Folgen jetzt kommen. Und danach kommt der Endfight. Es wird eine zweite... Eine zweite... Dingens... Zweite... Sag mal schnell, wie heißt es denn? Von der Seite Staffel. Staffel, genau. Staffel, das war da, habe ich gesucht. Ich hole dich vom Spawn ab. Ich brauche immer noch ein Team. Ey, kommst du denn auf mich zu garantieren? Ja. Okay, und dann schreib mal bitte Kolimoli an, ob er dich in Team Grün machen kann. Weil der kümmert sich darum. Okay, ich bring dir so ein bisschen Items mit, zumindest erst mal essen, dann kommst du zu uns in die Basis. Und was wir heute mal machen werden, ist auf jeden Fall... Äh... Ist auf jeden Fall, hallo... Ähm... Ein bisschen Farm gehen und uns aufrüsten für den dicken Endfight. Ähm... Weil das ist halt so das Wichtigste. Ja, und ähm... Gut, das war jetzt so das Wichtige, was wir ankündigen mussten. Achso, und die Todesregel ist jetzt für die nächsten zehn Folgen abgeschafft. Bedeutet, man kann sich quasi wie immer prügeln. Allerdings man fällt dann jetzt... Also man muss nicht eine Aufnahme aussetzen, damit es nicht zu krass ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein schlechtes Team töte, ähm... Weil dann werden die einfach viel schlechter im Endfight gerüstet. Ähm... Rocky, bist du... Ja, du bist hinter mir hier lang geht's in unserer Base. Aber ich bin... Ja, ich bin aber immer noch in keinem Team. Ja, jetzt bist du im Team. Ah, danke. Ich bin im falschen. Falsches Team. Falsches... Team. Du hast... Ähm... Mein Team... W-A-S-D... Ja, genau. Genau, genau. Okay, jetzt bist du im richtigen Team. Jetzt können wir's doch nicht mal schlagen. Hoffentlich. Nee, komm, was ich? So. Ähm... So. Was schreibt man? Danke, schreibt man, mein Freund. Also, ich... Jetzt hier in Sozialverhalten, ganz ehrlich, ne? C. C bis D. Also, nee. Nee. Danke. Nee, du. Hab danke geschrieben. Lass mich. Lass mich in Ruhr. Ich bin stolz auf dich. Yay. Also, ähm... Oh, ich kann nicht mehr sprinten. Ähm... Du hast... Ich hab dir Essen gegeben. Ja, ich weiß. Ich hör bei mir den Sound nicht, aber ich glaub, den hört man trotzdem in der Aufnahme. Wenn nicht, ist es ja egal. Ich hab Musik. Voila. Voila. Boah. Okay. Ähm... Was wir machen werden, ist, wie gesagt, uns aufrüsten jetzt. Ich hab letzte Folge eine Hühnerfarm aufgebaut. Allerdings, das wird uns nicht viel bringen, weil, ganz einfach, ähm... Um die wirklich auf den hohen Stand zu bringen, würden wir einfach viel zu lange brauchen. Ähm... 15... Das heißt, drei Minuten sind jetzt von der Folge rum. Wichtig ist einfach nur, dass wir nicht überziehen und dass wir uns beeilen beim Video-Rand... Also, beim Video-Audio bearbeiten, ne? Ja, in der Box, ich bin in gar keinem TS drin. Oh, okay. Okay. Ähm... Was wir jetzt machen werden, ist definitiv... Rüstung. Ich brauche. Ich suche jetzt mal hier Eisen raus. So, hier hinten ist... Ähm... Rocky, hier unten. Hol dir da deine Sachen raus, die du brauchst. Kannst dir auch ein Schwert nehmen. Ähm... Diamantschwert. Äh... Ich nehme mir erstmal unverzauberte Rüstung, ja. Also, ich werde mir jetzt ein Diashwert auf Level 21 verzaubern. Hier hinten ist der Enchanting Table drin, ja? Ich darf ihn der Mannschwert nehmen. Ja, klar. Aber scheiße, wir können nicht hoch verzaubern, das ist ein bisschen schlecht. Haben wir viel Leder? Warte mal, Bücher... Scheiße. Zuckerrohr ernten gehen. Okay, äh, soll ich einfach farm gehen? Versuch du ein paar Kühe zu töten. Okay, ich gehe Höhe töten. Such Kühe und damit wir Leder bekommen. Weil wir müssen Bücher haben, damit wir höher verzaubern können. Weil ein gutes Schwert ist die halbe Miete. Wenn wir ein Verbrennungsschwert haben, sind wir einfach Baba. Weil das Verbrennungsschwert ist einfach das Beste, was einem passieren kann. Das heißt, wir müssen nur noch anhitten. Ich werde jetzt erstmal dicke Papier machen, ja? Ähm, so. Ich weiß, äh, Kür. Oh. Der ist eine... Oh, ich bin zurückzippelt worden. Genau. Ähm, ist nicht so schlimm. Ich guck mal, Leder mal hier noch. Die Nachricht ist geil. Ja, das ist eine Scheibe. Also falle nicht runter, ich weiß nicht genau, was geschrieben ist. So, ich hab jetzt vier Bücher mal gemacht. Das läuft auf jeden Fall. Wie macht man ein Bücherregal? Ähm, oben... Ich glaub, ich weiß es. Holz, in der Mitte Leder und unten wieder Holz. Nee, Leder nicht. Bücher meinst du? Ja, Bücher. So, jetzt haben wir ein Bücherregal. Geil. Kann man in Schandig-Tel mit einer Eisenspitze abbauen? Ja, ne? Äh, ja. Ich glaub, die kannst du mit jeder Spitzsacke abbauen. Geil. Weiß ich nicht. Okay. Ähm, wir machen jetzt mal ein bisschen Platz hier so unten, ne? Also ich glaube, es wird jetzt in den nächsten Folgen nicht so viel Krieg hier geben. Nicht so dicke. Scheiße, hier ist ja schon die fette Hühnerfarm. Das ist jetzt grad gar nicht, ähm, wo die Kühe sind. Ja, ich hab auch keine Ahnung, wo Kühe sind. Also, ne? Einfach suchen gehen. Krieg ist ganz normal erlaubt. Lass dich nicht töten. Und, ähm, naja, so schlimm wäre es gar nicht mal, getötet zu werden. Du würdest nur deine Eitems verlieren. Aber ich kenn dich, ja, du bist schon... Ich mich töten lassen. Ich... Die Erde ist eine Scheibe! Nein! Ähm, einfach da nicht weiterlaufen, einfach wieder zurückgehen. Ja. Wenn du da reingerätst, weil... Wenn du... Ähm, du wirst erst zurückgepeatet, wenn du zehn weitere Blöcke gehst. Okay. Äh, da hinten ist eine Kuh, aber ich wette, das ist jetzt außerhalb des Feldes. Da hinten ist eine richtige Kuh-Farm und ich sag, das ist außerhalb des Feldes. Ein bisschen ärgerlich. Ja. Scheiße. Aber da hinten sind noch mehr Kür. Okay, und ich baue jetzt mal ganz kurz hier. Den entschauen die Kel. Wir werden uns heute einfach nur darum kümmern, dass wir uns ein bisschen aufrüsten. Aber wir haben hier schon ganz gute Rüstung. Deswegen mache ich mir da jetzt eigentlich nicht so die größten Sorgen. Und, ähm, so. Ich muss mal ein bisschen gucken. Wir können immer noch auf Level... Ah, scheiße. Ähm, haben wir noch mehr Leder irgendwo. Hier, acht Leder geil. So viel Papier haben wir ja gar nicht mehr. Äh, ich... Ich muss grad was gucken. Wo sie... Äh. So. Zähnst du schon. Läuft man hier. So. Und nachher, wenn die Folge zu Ende ist... Ich... Ich muss hier Rocky so ein bisschen was natürlich noch so sagen. Kann man jetzt schon Level höher verzaubern? Okay, hat alles außer... Wat? Oh, das ist wieder außerhalb. Ich hab alles außer Schuhe oder sowas. Scheiße, wir brauchen mehr Zuckerrohr. Wenn du Zuckerrohr findest, auch mitnehmen, natürlich, ne? Haben wir hier noch Zuckerrohr drin? Scheiße, wir haben letzte Folge an Vorfjubi Zuckerrohr abgegeben. Das war ein bisschen dumm. Oh nein, jetzt werden die ganzen Nachrichten übersetzt. So, wo ist es denn? Ähm, ja, bei mir auch noch acht Zuschauer. Ähm, bei mir sind es mehr. Zehn. Wir wissen, wo der Stream läuft. Ähm, ja, ich lese ab und zu den Stream. Allerdings, es geht natürlich jetzt hier erstmal ums Gameplay. Also, ja, das ist so das Wichtige jetzt in diesem Stream. Bei mir auch, deswegen nicht wundern. Ich werde mich natürlich trotzdem versuchen, so viel wie möglich um die Zuschauer des Streams zu kümmern. Ich gucke jetzt nochmal rein. Äh, er hasst mich nicht erst sehen. Denn Rocky hat alles aus der Schuhe Ironie. Chat vorlesen. Nimmst du mit... Ja, ich nehme mit OBS auf. Halt's Maul, Box. Box, wenn du jetzt nicht sofort deine Fresse hältst. Was ist da hinten? Ja, könnte eine Burg sein. Nein. Das ist sowas Gläsernes. Ach, das ist an der Stadt des Friedens. Ja, das ist einfach nur der Spawn da vorne. So. Ah, nee, da ist irgendein Schild dran. Ja, das ist einfach nur das Spawnhaus gewesen. Zumal das sind Arschlöcher. Wat? Haben wir nicht geschrieben. Ich hätt's jetzt als erstes auf euch getippt, aber okay. Wir haben's nicht geschrieben, nee. Also, glaube ich zumindest. Also, ich hab's nicht geschrieben. Was Philipp gemacht hat, weiß ich nicht. So, ich weiß nicht, wo ich mein... Aha. So, ich geh jetzt auf jeden Fall erstmal dicke farmen. Ja gut, geh du farmen. Ich probier ein paar Sachen. Aber die töten mich eh nicht, oder? Na klar kann ich töten. Ja, aber machen die nicht. Ah, bist du nicht so... Sei dir mal da nicht so sicher, ne? Haben die schon mal irgendjemanden getötet in dieser... Ja klar. Okay, hab ich nie mitbekommen. Ich verfolge dich nicht so aktiv. Ah, du Arschloch. Ja, danke schon. So, ich... Am Ende sieht er einfach, dass ich sein aktivster Zuschauer immer bin. In sechs Minuten. So. Schön sortiertes Inventor. So, so. Bisschen Stacking-Material mitnehmen. Hier ist eine alte Burg. 30 Zuckerrohr, das ist von meines 07. Geil. 30 Zuckerrohr. Ja, aber ich find kein Leder. Ah. Ja, ja, ich hab hier noch ein bisschen Leder gefunden, hier in meinem Haus. Oder in einem Loch, in dem wir hausen. Plündern darf man, oder? Plündern darf man. Aber in der alten Base ist nichts mehr drin, glaube ich. Soll ich mal in der Stadt des Friedens gucken? Ist auch nichts mehr. Die sind ja umgezogen. Nachdem wir das letzte Mal... Scheiße, wo ist das Leder hin? Warte, ich muss hier mal eben lesen. Wo ist mein Leder hin? Eine Stunde stream ich noch. Ah, hier. Bei mir... Der Stream hat eine schlechte Qualität, weil ich nur in 480 Pixeln streame. Da, äh, ich als Twitch-Partner... Also ich bin kein Twitch-Partner, deswegen kann ich nicht höher streamen. Das ist natürlich immer ein bisschen doof, ne? So was ist doof. Ich hab Zuckerrohr. Gut mitbringen. Bei FaZe-Tonen. Aber wir haben leider kein Leder mehr. Letztes Leder. Ich, äh, ich glaub, ich weiß, wo die hingezogen sind. Ich hab die gesehen. Ja, wo? Also als ich gespawnt bin, hab ich, ähm... Hingeguckt, wo die... In welche Richtung die gerannt sind. Ich hoffe mal, das war The Miners. Da hat sie zumindest... Glaube ich nicht, weil die ja werden ihre Folge beendet haben. In der letzten. In ihrer Base. So. Beim anderen gucken ist ja auch verboten, ne? Genau. Ja, ich hab ja zum Glück nur bei dir geguckt. Also stört's eh keinen. Ja, also wir können schon mal auf Level 10 jetzt verzaubern, glaub ich. Ja. Okay. Wir sind natürlich noch... Ich guck mal hier ein bisschen. Ist noch nicht so viel. Hier ist niemand in der Stadt des Friedens. Ne, da ist auch niemand, ja. Die sind umgezogen. So. Hier ist ne Kuh. Geil, geil, geil. Gut. Zwei Leder. Gut. Sehr gut. Hier ist Lava. So. Irgendwie leckte es der Wampus schon bei mir. Bei mir nicht. Vielleicht daran, dass ich stream. Ja, das kann sein, natürlich. So, äh, okay, wir... Wie lange streamen wir noch? Ähm, fünf Folgen. Ähm, 15 Minuten sind eineinhalb Stunden so in etwa. Ja, so lange geht Global World jetzt. Und... Danach geht's aber weiter. Also zumindest bei mir, ich weiß es nicht, wie's bei Rocky ist. Ich würde dann auch noch ein bisschen Minigames streamen. Auch mit zu meiner Schnullschieben, die Stars-Armer-Marsch. So, ich hab jetzt ein Loch mehr. Ich hab jetzt ein Loch vor uns, äh, ein Loch gebaut. Äh, was ist mit? Ah, sie haben es hier. Ich hab vor uns... Ich will jetzt... Ja? Ich bin bei dem Loch, wo Flip gestorben ist. Bei der Schlucht da. Okay. Ich habe... Ah, das Spiel ist... Ja, kommt jetzt erst. Nee, der ist grad schon geläftet. Ach so. Einmal. Ah, okay. Gut, okay. Ähm. Was machen wir denn jetzt mal? Scheiße, ich habe keine Fackeln dabei. Ich läuft natürlich nicht so. Und immer mal gerne Skeletons töten. Ich seh keine. Ja, wegen Pfeilen und Bogen einfach. Ich seh nur spinnen die. Ich seh spinnen die. Da, doch, da sind Skeletter. Okay, also ich baue jetzt erstmal hier so ein bisschen Holz ab, schnell. Aber ich sollte nicht im Wasser gegen die Kämpfen. Nee, Wasser ist ein bisschen scheiße, gegen Skeletons. Oh, da oben ist eins. Hab's, aber... Ach, äh, nur Pfeile. Ja, das ist doch gut, Pfeile. Einen Bogen kann man ja leicht craften. Okay, und ich geh dann... Gut. Ich geh dann jetzt, äh, ein bisschen farmen. Wo bist du? Im Wasser. Warte, glaub ich hab dich gesetzt. Nein. Skelett. Ja, dann pass auf. Ich hab das Skelett getötet. Ach so. Hinter dir, hinter dir, hinten bin ich. Hinter dir. Läu, bei mir einfach jemand. Schlag den noch mal zu mir. Gut. Ähm, hier, komm mal her. Ja, warte, ich muss... Ja, ich bin da. Gut. Hä? Du stehst einfach hier rum, nur bei mir. Hallo? Ich steh hinten. Ach so, ja, komm mal her. Bin da. So, pass mal auf. Hier, so, die Stars. Und jetzt gehen wir ein bisschen unter... Ups. Jetzt gehen wir unter die Erde und ein bisschen... Unter Tage, okay. Sexy, ein bisschen farmen. Okay, ähm... Ich würde sagen, wir gehen einfach mal... Hier haben wir ein bisschen... Cloud... Damals... Ne, äh... Im Wald abgebrannt. Also hier... Wo bist du denn? Ach da. Ich seh dich immer nicht. Ach du Creeper. Hab ich gerade sein. Boah, wie... Okay. Ähm, wo gehen wir... Wir müssen uns vielleicht mal hier in der Schlucht suchen. Da oben leuchtet was. Ich glaub, das ist ne Lava. Wie kommt ne Lava hin? Äh, Ende. Ende, okay. Oh, die Folge ist zu Ende. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir müssen jetzt den Server auch instant verlassen. Ich hab gar nicht aufs Folgenende geachtet. Wir sehen uns, wie gesagt, in der nächsten Folge. Dann seht ihr, wie wir uns ein bisschen aufrüsten versuchen tun werden sein wollen für den Krieg. Und bis dann. Und schön mit Ö. Bye, bye. Ciao. Ja, bis eine gute, kurze Verabschiedung. Ja, bis eine gute, kurze Verabschiedung. Ja, bis eine gute, kurze Verabschiedung. Und wir sehen uns, wie wir uns an der Nacht nehmen. Wir sehen uns an. Wir sehen uns an.